moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 götterdämmerung ich musste noch mal kurz überlegen was spiele ich hier ist es jetzt aber auch locker zwei wochen her wo ich das letzte mal gespielt habe überhaupt gespielt habe sage jetzt mal so ja und wir sind hier gerade in ab du wenn ich mich ein bisschen komisch anhörte oder so ja sagen wir mal so ich bin momentan unter schmerzmitteln also weil mir mein arm und meinen rücken sowie die rippen bisschen wehtun ist es ein vorfall gewesen kürzlich sagen wir mal so und ja da will ich jetzt aber auch nicht genauer drauf eingehen mir geht es gut ich höre mich halt nur ein bisschen komisch an oder so das hier ist jetzt auch die erste aufnahme die ich jetzt seitdem wieder mache und dann tue ich mir auch noch götterdämmerung an klingt ja super also die nächsten tage oder die nächsten folgen vielleicht erst mal mit rechnen dass ich mich eher so ein bisschen komisch anhöre oder so erstmal wieder rein finden alle im soweit ihr habt ja wahrscheinlich schon auch mitbekommen es waren ja jetzt auch ein paar tage wo gar keine folgen von irgendwas bei mir kam da konnte ich auch nichts machen weil da lag ich im krankenhaus und konnte keine fangnetz machen keine videos hochladen gar nichts so jetzt ist aber die frage wo wollen wir hin was müssen wir machen was das jetzt eigentlich die auftrage aufgabe mit hana zu vereinen ist die hauptaufgabe so in silden haben wir nichts geldern haben wir nichts wir haben treles glaube ich oder die rüstungsteile des geheimnisvollen fremden sprich mit torus über was mit nemora oder okara redok dass es das ist ja irgendwas komisches mit passiert ich würde sagen wir machen uns lieber auf den weg zurück nach treles und das weiß ich noch wir haben weder gorn noch die oder sonst wen unserer freunde gefunden den einzigen idioten den wir haben ist torus ja und die dorus haben sind sie eigentlich freund oder feind die sonst tun mir nichts ok was ist mit den wölfen warum hat er jetzt so eine drehung gemacht das fleisch nehme ich gerne mit war ich ja vielleicht noch mal so monterer im monterer da war kann war jetzt dort in monterer und nicht mehr oben in in fahrring wirklich wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre oder viel zu ruhig im gegensatz zu sonst verzeiht ist mit blutfliege zwei stück gleich da fack 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 Hilfe Hilfe Hört das irgendwann auch auf fack 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 f Hallo, wie geht's? Bist du ein Krieger? Ja, bin ich. Ich... Oh Innos, sei Dank. Wir brauchen deine Hilfe. Wir sind Wolfsjäger und versorgen die Soldaten der Menschen mit Fellen für Mäntel. Und? Und? Immer wenn wir jagen gehen, lauern uns ein paar Orks auf. Sie nehmen uns das ab, was wir gejagt haben und scheuchen uns zurück ins Lager. Kannst du uns nicht beschützen, während wir jagen? Wir müssen die Soldaten dringend wieder beliefern, sonst werden sie sich den Arsch abfrieren. Wenn du uns hilfst, bekommst du von uns auch einen besonderen Jagdbogen. Äh... Tut mir leid, ich kann euch nicht helfen, aber ihr könntet euch einfach selbst helfen. Ihr habt doch schließlich Waffen. Na komm, einverstanden. Einverstanden. Ich hasse dich in Stücke! Ich mach dich fertig! Den hast du es gezeigt! Das war's mit dir! Okay, hinten heiß. Äh, nein, nicht die Truhe, nicht... Egal. Dann nehmen wir jetzt aus der Truhe. So, ich lag doch... Da liegt noch ein Ork. Nicht der Jäger, ich will den Ork. Und wo kamen die einfach? Da ist noch eine Truhe. Komm, dann plündern wir das jetzt auf. So, wo ist der dritte Ork? Da. Okay, Martel. So, das wäre erledigt. So, das wäre erledigt. Vielen Dank, Mann. Jetzt können wir die Soldaten endlich wieder beliefern. Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über die Jagd bei. So, äh... Großjäger, Orkjäger, Wildtierrand schleichen. Ich will jetzt erst einmal hier das Lagerfeuer nutzen. Lagerfeuer. Ich will ans Lagerfeuer. Ich mach erst mal Pause. Halt die Klappe. Hast du nichts zu tun? Ich will an das scheiß Lagerfeuer. Lass mich da dran. Okay, machen wir erst einmal... Die Dodos weg? Ah! 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 Bleib dran! Ah! So, und hier nochmal. Stimmt, den Weg sind wir ja gar nicht gegangen. Wir sind ja über Vengard da hier in diese Richtung gekommen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ähm... Das ist gut gelaufen schon mal. So, okay. Der kommt jetzt nochmal. Jetzt haben wir den. Speichern. Und wo sind jetzt die beiden Wölfe? Jetzt sind sie da hinten. Ja, komm her, mein Kleiner. Okay, jetzt kommt der auch noch dazu. Das ist eigentlich die beste Strategie. Zuschlagen, einen Schritt zurück. Zuschlagen, nochmal einen Schritt zurück. Zuschlagen, nochmal einen Schritt zurück. Oh, dieser Rupia. Oh, dieser Rupia. Okay, hier. Wölfe gegen Dodos. Mist. So, hier nochmal. Und den Dodos wird jetzt looten. 6. Jetzt ist die Frage, sind die Dingens noch hier, die hier mal waren? Ähm... Sind die Dodos tot, oder? Schlafen die nur? Ähm, okay. Das war hier nicht irgendwo die Höhle von Porghan oder so. Hier, das war die doch, oder nicht? Ich speichere mal vielleicht. Irgendwie wie es hier aussieht, gefällt es mir nicht. Oh, 22 Fleisch haben wir schon. Noch eine Truhe. Sonst gibt es hier jetzt nichts. Doch, noch eine Truhe. Die konnte ich jetzt kaum sehen. Eischwanzen, was gibt es hier sonst noch? Vielleicht einmal kurz speichern, da liegt ein Schwert. Schattenläufer. Das ist eine Schattenläuferhöhle geworden. Aber das ist doch eine ganz andere Höhle. Oder? Nee, das ist nicht bei Porgant. Wo sind wir? Ich bin jetzt helft, wo sie sind da? Ah, ne, Porgant war irgendwie irgendwo... Hier war der. Wir sind noch ganz woanders, okay. Ich fahre jetzt irgendwie vom Kopf her ein bisschen weiter. Stimmt, stimmt. An... An das Bauernhof habe ich mich nicht, äh... Gerade nicht erinnert. Ist Dominik noch da? Oder ist hier jetzt auch irgendwie... Irgendein... Wieso... Ich wollte schon sagen, warum treffe ich die nicht? So, jetzt noch mal kurz was essen. So, noch mal sieben Fleischbraten. Was ist hier geschehen? Dass... Dass hier jetzt Wölfe... Äh, Fleischwanzen sind? Was ist hier? So, weg vom Hocker. Da liegt auch noch eine Fleischwanze. Bett. Hier, hier liegt ein toter Ork. Was ist hier geschehen? So, bis zum nächsten Morgen. Jetzt... Was ist hier geschehen, dass hier ein toter Ork rumliegt? Und wo ist Dominik? Vielleicht einmal kurz speichern. Ich gehe mal den Weg. So, ich will jetzt wissen, was da passiert ist. Den anderen Weg werden wir so oder so noch mal hingehen. Was ist mit dem Lager hier passiert? Das ist jetzt ein Ork-Lager. Okay, greifen die mich an oder... Deserteur? Die sind Deserteure geworden. Okay. Wenigstens meckern die mich nicht an, dass ich hier klaue. Hat hier überhaupt irgendjemand mich mal wegen Diebstahl... geschuldigt, angemotzt oder so? Abgebrochen. Bis jetzt hat sich hier noch niemand beschwert, dass ich klaue. Speicher vielleicht nochmal. Ich glaube, hier gehe ich nicht noch weiter rein. Erstmal. Wir haben 40 Lernpunkte. Stufe 21. Stärke 209. Ja, geschickt 102. Altes Wissen 47. Wir müssen alles nochmal neu lernen. Das ist das Doofe. Was ist mit den Deserteuren hier? Warum sind hier so viele... Warum ist hier so viel Mana-Pflanzen? Hatte einer der Entwickler sich hier gedacht, so... Ja, machen wir mal ein bisschen mehr was da hin? So... Hatte... Hatte, als er mit der Maus die Sachen dann platziert hatte, oder so einen epileptischen Anfall gehabt, oder so? Das war Karls Wille. Also muss es geschehen. Ich habe keine Ahnung, wofür ich so viele Dings brauchen werde. Sonnenklaut mitten auf der Straße. Okay. Die war motiviert, genau da zu wachsen. Gut, Fliege. Ich hoffe... Ja. Das hat geklappt. Nein. Okay, abwarten, bis das Gift vorüber ist. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Es kann... Das ist immerhin schon mal... Das kann... Geheilt werden. Auf Dauer. Das ist nur... Halbisschen doof. Ich habe noch ein Ausgabe. Aber, ich habe noch nicht drauf geholfen. Geheilt. Ich habe noch 5-30t. Alter, jetzt! So, den nächsten. Ey, mein kleiner. Ja, diese Ruckler. Willst du mich jetzt verarschen? So. Da hinten höre ich irgendwas fressen. So, und da wären wir schon mal ein Monterer. Ich habe aber bis jetzt das Gefühl, dass wir keine andere Wahl haben, außer mit Dingen hier zu reden. Mit Thoros. Unsere Quest ist ja hier, äh, spricht mit Thoros über die Überfälle auf Geldern. Und ich kann, ich kann mit Gorn nicht reden. Ich habe weder Gorn noch Lee noch sonst irgendjemanden unserer Freunde gefunden. Nur halt, äh, Thoros und halt Kahn. Und, äh, die zähle ich jetzt nicht zu unseren Freunden. Deswegen müssen wir jetzt nach Trelis, würde ich sagen. Okay, das war, glaube ich, keine gute Idee. Das war absolut gar keine gute Idee. So, der erste. Mist. Komm. Den muss ich jetzt schaffen. Den haben wir jetzt geschafft. Schade, dass ich die Punkte jetzt vom Wildschwein nicht bekommen habe. Okay. So. Der ist auch noch hier am Fressen. So, komm. Wie sieht's aus? Und, wie sieht's aus? Ich glaube, das ist auch noch nicht. Ich glaube, das Wichtigste, was ich dann zuerst lernen gehe, ist, äh, hier das mit Gift und mit der Krankheit. Die Blutfliegen. Ah, diese Rucklach. dann kommt der andere Rucklach. Oh ja, jetzt ist was. Dann kommt der 2-3-4-4-4-4-4-5-5-6-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6. Wie lange dauert das? So, Wolfskraut. Eine Wildbeere. Umso, Zauberwurzeln nehmen wir mit. Okay, wer kämpft da? Alter. Manchmal regt es mich sehr auf, wenn man hier draufschlägt, aber der einfach oben drüber am Gegner vorbei. Und der ist hier schon anvisiert. Duh! 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 Okay, die anderen Wölfe kommen jetzt nicht. Die sind da hinten. Lass ich die mal in Ruhe. Dann gehen wir mal in Richtung Toros. Diese Blutfliegen überall. Da hinten chillt ein Wolf mit einem Hirsch. Hier sind keine Beute von Wölfen. Der hat dafür aber ein paar Dodos hier erlegt. Schon ein paar mehr. Das wird speichern. Ah doch, wir sind hier schon mal durchgerannt. So, hier sind Gobbos. Alter, jetzt hör auf zu ruckeln. Jetzt noch mal kurz was futtern. Und noch mal kurz schnell speichern. So, dafür sind wir die jetzt los. Hier wächst ein Pilz genau auf der Stufe. Okay. Lagerfeuer. Da sind auch noch ein paar Dodos. Mal gucken, was gibt's hier. Hat sich hier irgendwas getan, verändert? Okay, die Truhe wurde wieder aufgefüllt. Aus irgendwelchen Gründen. Und hier gibt's ein Flammenbeer. Und da hinten einen seltsamen Pilz. Ich weiß bis heute immer noch nicht, wofür die seltsamen Pilze zu gebrauchen sind. Die heißen einfach seltsamer Pilz. Also so einen gesonderten Namen irgendwie. Haben anscheinend aber auch keine magische Wirkung oder so. Hey, das war mein Dodo. Hat er mir Punkte weggenommen? So, ich will mal schauen, ob ich jetzt gegen diese Dinger da ankomme. Die Schrate. Das würde mir schon reichen, wenn mich nur einer erstmal entdeckt. Jo, die sind sehr stark. Zumindest haben die sehr viel Leben. Also speichern und den nächsten jetzt rausholen. Was habe ich da gehört? Ja, komm. Okay, der Punkt ging an dich. Kann das sein, dass er nur den einen und denselben Angriff kennt oder macht? Der macht immer nur diesen einen Angriff. Kann das sein? Und auch nur einen Schlag. Und dann kann ich wieder die Kombos machen. Ja, nur den. Der kann nur den. Okay. Ich hatte mal Angst vor denen gehabt. Ich rede schon von hier immer noch Götterdämmerung. Dass ich Angst vor denen hatte. Dabei kann ich den so auseinanderreißen. Da habe ich mehr Angst vor dem Glutfliegen, ja? Ernsthaft? Echt, jetzt? Von wem wurde das hier gemacht? Piranha Bytes war ja hier nicht mehr zuständig. So eine Firma aus Indien war da, glaube ich, doch. Okay, die Ripper sind wieder da. Ich treffe gar nichts. Hallo, jetzt hör aufs Ruckeln-Spiel. Ich will dich scheiß Heilpflanze. Ich will nicht mit dir reden. Alter, das Spiel ist ja richtig schlimm. Das lag jetzt aber auch nicht an meinem Rechner oder so. Hier sind nämlich immer noch gar keine ausgelassenen Frames durch Renderverzögerung oder Kodierungsverzögerung. Das ist einfach das Spiel. So, wir haben jetzt aber die Aufgabe mit... Wir haben jetzt die Aufgabe mit, äh, Torus zu reden. Obwohl, warte mal, haben wir hier noch andere... ...Aufgaben in... ...Failes? Aktuell erfolgreich noch nichts. Okay. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja, halt mal Orks. Ich weiß, was du... Warum haben die Orks hier eigentlich menschliche Namen noch mal? Soll mich das jetzt beeindrucken? Also ein paar von denen. Wie Silvester oder Rudolf. Hier, Torus. Hallo, Torus. Ich habe hier einen Frank, durch den man sich in einem Dämmen... Nee, dann lassen wir mal. Komm aus Sylden. Ich komme aus Sylden. Anok möchte, dass du die Ork-Angriffe auf die Karawanen beendest. Kann ich mir vorstellen, dass er das will. Aber meine Leute sind im Krieg. Und dafür brauchen wir Waffen und Erz. Anok kann sich bei deinem Kumpel Gorn bedanken. Der ist schuld an dieser ganzen Sache. Äh... Ich will, dass du den Orks befiehlst, die Karawanen aus Geldern nicht mehr anzugreifen. Ich will, dass du den Orks befiehlst, die Karawanen aus Geldern nicht mehr anzugreifen. Geldern hat mit deinem Krieg gegen Gorn nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Allerdings finden wir in letzter Zeit immer öfter Waffen und Ärzte. Lass mich dir helfen. Ich kann Gorn dazu bringen, seine Angriffe zu beenden. Dann können wir alle zusammenarbeiten. Hm. Die Zeiten sind hart und ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Wenn du mir helfen willst, musst du dich mir erst beweisen. Behandelt man so etwa jemanden, mit dem man schon zahllose Male Seite an Seite im Kampf gestanden hat? Ich habe auch mit Gorn schon oft Seite an Seite gekämpft. Lass mich raten. Du willst fünf verschissene Empfehlungen schreiben. Na gut. Wie kann ich dein Vertrauen zurückgewinnen? Sprich mit Osh. Er wird sicher die eine oder andere Aufgabe für dich haben. Du willst, dass ich sein Laufbursche werde? Es ist doch zum Wohle Myrtanas. Ach, halt die Fresse, Torus. Warum willst du, dass ich für ihn arbeite? Wer ist dieser Osh? Wer ist dieser Osh? Osh ist mein Verwalter hier in Trillis. Er hält sich die meiste Zeit hier in der Burg auf. Und warum willst du, dass ich gerade für ihn arbeite? Warum willst du, dass ich gerade für ihn arbeite? So kann ich beobachten, was du machst. Außerdem könnte er wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Erledige deine Aufgaben und erstatte mir regelmäßig Bericht. Und denk dran, ich behalte dich im Auge. Ähm, gut, ich geh dann mal. Du weißt ja, wie man sagt. Gut, ich geh dann mal. Du weißt ja, wie man sagt. Ja? Alles wird gut. Warte, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Bring drei unserer Einheiten zu Kahn. Er braucht dringend Verstärkung. Wieso, haben die Kämpfe zugenommen? Wieso, haben die Kämpfe zugenommen? Nein, Kahn bereitet eine Ehrenparade für mich vor. Stell nicht ständig Fragen zu Sachen, die dich nichts angehen. Sondern mach einfach, was ich dir sage. Äh, schon gut. Welche drei Einheiten soll ich Kahn bringen? Schon gut. Welche drei Einheiten soll ich zu Kahn bringen? Die von Ogith, Erhang und Urbanus. Wo finde ich Kahn? In Montera, wo denn sonst? Gut, ich bringe sie zu Kahn. Ähm, okay, würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Schwertmeister? Ich will ein Schwertmeister werden. Mhm. Okay, Schwertkämpfer drei. Verblümelernpunkte habe ich noch. Äh, 30, okay. Ambrus, die starke Schildparade. Dazu bist du noch nicht bereit. Ja, fehlt mir. Okay, ähm. Aber dafür haben wir jetzt einen Schwertkämpfer. So. Moro. Krieger. Wen soll ich jetzt rüberbringen? Ich brauche Ruhe. So, Krieger, Krieger. Zweihänder. Erhang. Ogith. Hier sind schon mal zwei. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen, also verschwinde. Ich habe Anweisung von Torus, dich und deine Leute nach Montera zu bringen. Also komm mit. Wir werden in der letzten Schlacht doch bestimmt gar nicht gebraucht. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen. Willst du dich Torus' Befehl etwa widersetzen? Schon gut. Gehen wir. So, Erhang. Was willst du von mir, Moro? Ich habe Anweisung von Torus, dich und deine Leute nach Montera zu bringen. Also komm mit. Bist du sicher? Meint dir nicht vielleicht jemand anders? Nein, ich bin mir sicher. Na, scheiße. Na gut. Gehen wir. Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Ich bring dich weg. Ogith und Erhang. Wen sollte ich noch? Äh. Kein Brauch mehr Orks. Äh. Für Ogith, Erhang und Urbanus. Wo finden wir Urbanus? Wenn, dann nehme ich alle drei direkt mit. Wo ist Urbanus? Wer ist Urbanus? Ach ja, das ist Osch. Nikolaus. Mit Lito Ork. Ork Schamane. Wo ist Urbanus? Wir sind die Hand, die sie füttert. Die Faust, die sie schlägt. Wenn ihr gegen einen Mora kämpft, lasst andere zusehen. Die Feigenmoras verstecken sich in den Wäldern. Sollen sie rauskommen und kämpfen. Gewährt denen, die sich offen zeigen, einen ehrenvollen Kampf. Die Moras in den Wäldern kämpfen feige und hinterlättig. Sie haben keine Ehre. Krieger, Wache, Krieger. Ich glaube, Urbanus finde ich nicht so schnell. Kann das sein? Oder die sind alle in der Burg. Aber ich finde es interessant, wie Trelis mittlerweile aufgebaut ist. Das finde ich wieder super. Noch eine Ork Schamane. Wer ist jetzt eigentlich Urbanus? Wo sind meine beiden Orks? Soll mich das jetzt beeindrucken? Wo ist mein Schamane? Ein ordentliches Stück Fleisch wäre mir lieber. Die Mora haben keine Ehre. Das ist ebenso. Das ist deine Ehre. Ein Mora unterbricht niemals einen Ork. Merkt ihr das? Ach, halt's Maul. Ich hau euch alle zu Klump. Wo habt ihr Urbanus? Wo habt ihr Urbanus versteckt? Rudolf. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Warum heißt er noch mal Rudolf? Ich hab's vergessen. Ich weiß auf jeden Fall, es gab einen Grund. Daran erinnere ich mich, aber ich weiß nicht mehr. Okay, egal, dann, äh, suchen wir mal, äh, den, unseren verlorenen Schamanen. Und bringen dann erstmal nur zwei von denen da rüber. Bis wir Urbanus finden. Ähm, wo ist denn eigentlich die, unser Schamane hin? Da ist die Brücke. Da ist er. Ja, Urbanus werden wir wohl noch finden, aber ich glaube nicht so schnell. Das kann auch einen Weichen dauern. So, Krieger, Krieger. Die Faust, die sie schreckt. Wenn ihr gegen einen Mora kämpft, lasst andere zu sehen. Die Feigenmoraes verstecken sich in den Wäldern. Sollen sie rauskommen mit Kämpfen. Muss ich die dann direkt bei Karn abliefern, oder wie sieht's aus? Ich würde das wirklich gerne wissen, wo ich dort genau... Harnischkraut. Ich hätte die vielleicht viel früher mitnehmen sollen, oder? Bevor ich mich hier auf den Weg mache. Ja, aber okay, ich konnte jetzt auch nicht wissen... Wie das, äh... Mit, äh... Der Quest hier ist, so. Weil ich wollte eigentlich viel, viel früher mit Gorn gesprochen haben. Und, ähm... Wusste jetzt nicht, dass, äh... Wir gezwungen sind, mit Thoros zuerst zu reden. Klar, in Gothic 1, äh... War das schon wieder ein bisschen anders mit Thoros. Warte mal, ich will mal kurz was trinken. Da wusste ich ja noch nicht, was Thoros ja für einer ist. Obwohl, er... Er ist ja eigentlich eher so einer... Er befolgt einfach nur Befehle. Aber... Eine eigene Moral, glaube ich, hat er nicht. Er befolgt Befehle, und... Einzige Moral, die er hat, ist, Hauptsache, es geht ihm selber gut. Ob andere dabei draufgehen, ob er, äh... Ob Freunde oder Feinde oder sowas, ist ihm, glaube ich, egal. Da... Die sind noch da, okay. Da wären wir. Ich wollte schon sagen, wo es andere hängt. Die kommen hin, die kommen noch hinterher, okay. So sind die... Ja, die sind noch das hinter mir, okay. Dann müsste da drin sein. War das doch, glaube ich, so? Ja, oder? Ja, da. Verschwinde! Ähm... Ich muss die drei Anführer, Oget, Erhagen und Urbanus, finden und sie zu Kahn nach Montera bringen. Aber wo ist die Frage... Ich hatte keine Möglichkeit zu fragen, wo die drei Orks sind, wo ist Urbanus? Ich glaube, das hatten wir schon gemacht, oder? Das kann nicht schon ausmachen. Guck mal, wie stark ich bin. Ihr könnt das nicht, hä? Okay, ähm, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir dann mal Urbanus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Tschau. Und das... Ich bin's, es ist... Ich bin mit dabei. Und... Ich bin ein directory. Ich letter dich überhaupt. Amen.